Jaksimash, ich zeige noch heute, wie man machen auf Ungarisch Kugelsturzen. Mein Name seien Mrs. Kettler. Jaksimash, das seien... Alles natürlich hinter Gitan. Das seien eine auf Deutsch... Oh mein Gott! Das seien eine Kugel. Du kommst, dziękuję. Das seien eine traditionelle ungarische Kugelstoßbahn. Ich werde jetzt mit meiner feminine Kraft diese Kugel werfen nach 180 Grad oben. Du gucken, ich drehen. Das seien die Vorsituation. Du drehen. Wenn du drehen, du machst in einem Moment so. Dann fliege die Kugel weit oben. Du seien jetzt bei Profi Kettler. Das war eine... Das war eine Profi...